Golden Dynasty Brennender als Sehnsucht Von Jennifer Armenschaud Es liest Nina Schöne Prolog Nicolette Besson würde sterben. Sie würde sich ernsthaft ertränken, wenn die DeVincent-Brüder die Veranda nicht verließen. Also den Kopf unter Wasser halten und nie wieder hochkommen. Denn auf gar keinen Fall würde sie sich in ihrem neuen Badeanzug vor ihnen zeigen. Niemals. Sie spähte über den Rand des Pools. Gut möglich, dass die Brüder nicht einmal eine Ahnung hatten, dass sie im Becken war, denn sie lag am flachen Ende auf den Knien und versteckte sich wie eine Idiotin. Was hatten sie überhaupt dort zu suchen, zusammenhockend und flüsternd? So wie sie die drei kannte, führten sie bestimmt nichts Gutes im Schilde. Devlin war der Älteste DeVincent und Gabriel der Mittlere. Lucian war der Jüngste der Brüder und er steckte immer in Schwierigkeiten. Immer. Besonders seit ihre Mutter gestorben und ihre Schwester verschwunden war. Devlin und Gabriel sahen genau wie ihr Vater aus, dunkelhaarig und waren ebenso temperamentvoll. Aber Lucian und seine Zwillingsschwester kamen nach ihrer Mom. Sie hoffte wirklich, dass Lucians Freund nicht bei ihnen war. Parker Harrington war ihr nicht geheuer. Er starrte sie ständig an. Was eigenartig war, weil er nicht besonders nett zu ihr war. Manchmal schaute er sie an, als sei sie es nicht wert, dieselbe Luft zu atmen wie er. Und dann wieder blickte er sie an, als ob... Niki erschauderte. Darüber mochte sie nicht nachdenken. Sie biss sich auf die Unterlippe, da der Zementrand des Pools ihr praktisch die Finger verbrannte. Wann würden sie endlich verschwinden? Ihre Mutter würde in der Küche bald fertig sein. Dann müsste sie aus dem Wasser kommen. Sie würden sie sehen. Und sie würde einfach sterben. Oh Gott, warum in aller Welt war sie überhaupt in diesen Pool gestiegen? Sie konnte nicht einmal schwimmen. Doch alles hatte sich so heiß und klebrig angefühlt. Und sie hatte sich dabei gelangweilt, in einem der vielen Zimmer der Villa zu sitzen, nichts anzufassen und nirgendwo hinzugehen, weil Mr. DeVincent zu Hause war. Mr. DeVincent hasste jede Art von Lärm. Und Niki veranstaltete nichts als Lärm. Jede Menge. Niki fragte sich, ob Gabe ihr Holzreste aus seiner Werkstatt mitgebracht hatte. Das hatte er schon eine Weile nicht mehr getan, und es juckte sie in den Fingern, das neue Holzschnittset zu benutzen, das ihre Eltern ihr zu Weihnachten geschenkt hatten. Sie lernte gerade, wie man Holzperlen schnitzte und aushüllte, um sie auf eine Schnur zu ziehen und daraus eine Halskette oder ein Armband zu fertigen. Sie hätte Gabe jetzt fragen können, aber dann hätte er sie im Pool entdeckt und das konnte sie nicht zulassen. Wenn es einen Menschen gab, der sie nicht im Badeanzug sehen sollte, war es Gabe. Vorsichtig und leise schob sie sich über den Boden des Pools, während das Wasser immer tiefer wurde. Ein plötzlicher Windstoß brachte den großen Sonnenschirm ins Wanken, und sie war mit einem Mal von Rosenduft aus dem nahegelegenen Garten umgeben. Im Süden wurde der Himmel grau und wirkte bedrohlich. Ein Unwetter zog auf. Großartig, vielleicht bräuchte sie sich gar nicht zu ertränken. Mit Glück würde ein Blitz sie erledigen. Denn sie würde sich vor den Jungs ganz sicher nicht in ihrem blöden, zu großen Einteiler blicken lassen, den Mom ihr im K-Mart gekauft hatte. Auf gar keinen Fall. Die drei DeVincents waren wie Brüder für sie. Große Brüder, also viel ältere. Jedenfalls behandelten Gabe und Lucian sie wie eine Schwester. Devlin allerdings nicht. Er benahm sich als existiere sie nicht. Und das war ihr nur recht, denn Devlin mochte auch keinen Lärm. Und lächelte nie. Absolut nie. Niki war zwar gerade 16 geworden, aber abgesehen davon, dass sie die meisten Jungs nervig fand, war sie sich nicht einmal sicher, was sie von ihnen hielt. Die drei Brüder waren sehr unterschiedlich. Devlin war kalt, Lucian war übergeschnappt und Gabe war einfach nur... Niki unterdrückte ein Aufseufzen. Er war... Nun ja... Alles. Aus der Ferne hörte sie das Grollen des heranziehenden Gewitters und wusste, dass das Wetter schnell umschlagen konnte. Aber sie blieb im Pool und konnte den Blick nicht von Gabe losreißen. Sie wusste, dass Gabe am College eine feste Freundin gehabt hatte, weil er sie einmal vor einigen Jahren über Weihnachten mit nach Hause gebracht hatte. Sie hieß Emma, war wunderschön und nett. Und Niki... Gott... Hatte sie gehasst. Egal. Gabe und Emma waren nicht mehr zusammen. Niki lächelte in sich hinein. Greilweißes Licht erfüllte die Welt, da in der Nähe ein Blitz in den Boden einschlug. Ein krachender Donnerschlag hallte durch die Luft und ihr lief ein ängstlicher Schauer über den Rücken. Sie stieß einen schrillen Schrei aus, als die Wolken aufrissen. Starkregen ging nieder. Sie hangelte sich am Rand entlang, stützte sich auf die Arme und begann, sich hochzuhieven. Aus weit aufgerissenen Augen sah sie sich hektisch um, als nicht weit vom Becken entfernt noch ein Blitz einschlug. In diesem Moment, während sie gerade eins ihrer Beine aus dem Pool gezogen und auf die glitschigen Fliesen gesetzt hatte, drehten die Brüder sich um. Gabe trat vor, an den Rand der Veranda, auf der er trocken und sicher war. Nick? Als ihre Blicke sich trafen, keuchte sie. Oh nein! Sie trug nicht nur ihren Badeanzug, sondern sah dazu noch aus wie eine ersoffene Katze, die versuchte, aus dem Pool zu klettern. Ernsthaft, sie wäre am liebsten gestorben. Noch ein explosiver Donnerschlag. Es klang als Stürze um sie herum der Himmel ein, schließlich passierte alles ganz schnell. Ihr Fuß rutschte ab und ehe sie sich's versah, verschlang das Wasser sie mit Haut und Haaren. Der Schock lähmte ihren Verstand. Sie war zu überrumpelt, um den Mund zu schließen, und schluckte große Mengen Wasser, während sie im Becken versank und über ihr das Wasser wirbelte. Plötzlich legten sich Hände um ihre Oberarme. Ein Arm schlang sich um ihre Taille. Sie spürte, wie sich jemand kräftig abstieß, und dann schoss sie schnurgerade nach oben. Ihr Kopf brach durch die Wasseroberfläche. Regen prasselte ihr ins Gesicht, aber sie riss dennoch den Mund auf, um Luft zu bekommen. Doch sie konnte nur Husten und Wasser von sich geben. Jemand zerrte sie an den Rand des Pools, und dort erwartete sie noch ein paar Hände, dass sie packte und aus dem Wasser zog. Die Welt drehte sich um sie, und sie fühlte, wie sie auf die überdachte Veranda getragen wurde. Jemand ließ sie behutsam hinunter und drehte sie sofort auf die Seite. Sie spürte einen kräftigen Schlag auf den Rücken. Komm schon, Nick. Spuck es aus. Raus mit dem Wasser, Nick. Sie erkannte die Stimme, wusste, wem sie gehörte, weil nur ein einziger Mensch sie Nick nannte. Aber das Wasser kam hoch, und sie spiegefühlt einen ganzen Ozean aus. So ist es gut. Die Hand rieb ihr jetzt den Rücken, statt das Wasser aus ihren Lungen herauszuprügeln. Das war's. Endlich konnte Nicky atmen, ohne zu ersticken. Sie drehte sich auf den Rücken und schaute direkt in Augen, die die Farbe der See vor der Küste hatten. Ein endloses Blaugrün. Gabe. Geht's dir gut? fragte er. Mit jeder Sekunde, die sie schwieg, wirkten seine schönen Augen besorgter. Ich mache mir langsam Sorgen, Sweetheart. Sweetheart. Er hatte sie noch nie Sweetheart genannt. Lucian beugte sich über Gabes Schulter. Hat sie sich den Kopf gestoßen? Jemand fluchte, und sie zuckte zusammen. Death, meinte Lucian seufzend und warf einen Blick hinter sich, wo, wie sie vermutete, Devlin stand. Gabe sah sie immer noch an. Seine Hand ruhte auf ihrer Schulter, und sie wusste, dass sie etwas sagen musste, bevor noch jemand ihre Eltern holte. Ich, ich habe mir den Kopf nicht gestoßen. Erleichterung trat auf Gabes Miene. Gott sei Dank. Er ließ die Schultern sinken, und in diesem Moment wurde ihr klar, dass sein weißes Hemd durchnässt war und an seiner Haut klebte. Unter dem Hemd konnte sie alle möglichen interessanten Muskeln erkennen. Du hast mir eine Höllenangst eingejagt, Nick. Dann wurde ihr richtig klar, was gerade passiert war. Gabe hatte sie gerettet. Ich muss dir wohl das Schwimmen beibringen, was? Und dann passierte es. In diesem Moment und an dieser Stelle. Nicolette Basson verliebte sich Hals über Kopf, und sie wusste, war sich ganz einfach tief im Herzen sicher, dass sie eines Tages Gabriel DeVincent heiraten würde. Und sie würden bis in alle Ewigkeit glücklich sein. Sie würde ihm gehören, weil er bereits ihr gehörte. Sechs Jahre später Es kostete Gabriel DeVincent, seine ganze Selbstbeherrschung zurückzutreten und nichts zu tun. Einfach dort zu stehen und zuzusehen, wie er weggebracht wurde. Aber das musste sein, weil Gabe es versprochen hatte, und er versuchte, ein Mann zu sein, der zu seinem Wort stand. Er hatte ihnen drei Monate ohne Unterbrechung versprochen. Diese Zeit würde er ihnen zugestehen. Sein Kiefer schmerzte so fest, bis er die Zähne zusammen, während die Rothschilds wieder das Restaurant betraten. Er schaute ihnen so lange nach, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Erst dann betrachtete er das Stück Papier. Kaum dass er auf die Zeichnung eines Welpen auf einem Stück blauem Tonpapier hinuntersah, überfiel ihn eine üble Mischung von Emotionen. Traurigkeit, Stolz, Hilflosigkeit, Hoffnung, Zorn, wie er ihn noch nie gespürt hatte. Er hatte keine Ahnung, wie ein Mensch all das auf einmal fühlen konnte, aber so war es. Er verzog die Mundwinkel. Die Zeichnung zeugte eindeutig von Talent. Eine echte Begabung. Anscheinend war die künstlerische Gabe der DeVincents noch vorhanden. Sein Blick glitt über die in klobiger Handschrift geschriebenen Worte. Er hatte sie schon dreimal gelesen, konnte sie jedoch kein viertes Mal ertragen. Nicht gerade jetzt. Er faltete das Papier nicht zusammen, da er Knicke vermeiden wollte. Stattdessen trug er es vorsichtig zu seinem Wagen zurück. Gabriel DeVincent? Als er die vage vertraute Stimme hörte runzelte er die Stirn und drehte sich um. Hinter einem Transporter trat ein Mann hervor. Eine dunkle, eckige Sonnenbrille schirmte die Hälfte seines Gesichts ab, doch Gabe erkannte ihn. Er seufzte. Ross-Hate, wie komme ich zu der Ehre, Sie in Baton Rouge zu sehen? Der Reporter des Advocate schenkte ihm sein schiefes Grinsen, das, wie Gabe vermutete, sein Markenzeichen war, und ihm wahrscheinlich Zugang zu Orten und Veranstaltungen verschaffte, an die und in die er verdammt noch mal nicht hingehörte. Man brauchte kein Genie zu sein, um zu wissen, was los war. Irgendwie hatte Ross gehört, dass Gabe hier war und deswegen war er rein zufällig hier aufgekreuzt. Normalerweise steckte er Ross' ständige Fragerei gut weg. Aber nicht, solange Ross hier war und sich etwas, von dem Gabe nicht wollte, dass ein Reporter davon erfuhr, nur wenige Meter entfernt aufhielt. Vor einer Person, von dem Amanda, kann euch get mortal er percussionen sein. Über den Chatten tienen sein billones extrem aufh МУVJul. An 10 Minuten in der Pike etwas zur langsung Karlaikinta 어� reaches Schlechtee das Ok ey. Vielen Dank.